hallo ihr lieben so ihr dürft ja mal raten was wir heute machen nehme ich akrylik purigen und ich habe es jetzt lange nicht gemacht ich muss auch mal sagen dass mir meine ergebnisse nur manchmal zum teil jetzt gefallen hatten ich teste mich da gerade noch durch mir fehlen so ein bisschen diese zellergebnisse also diese zellbildung die dann immer entsteht und dadurch war ich jetzt so ein bisschen immer enttäuscht gewesen auch wenn ich das selber die als technik unglaublich gerne mag dafür gibt es halt eben auch direkt selber so eine farm meistens muss in diesen kleinen abpackungen ich finde es immer ein bisschen schade ich hätte gerne einfach in größeren packung dann ist das auch gleich für eine größere leinwand geeignet und aber gut was soll's ich habe mich damit aktuell über genügt bis ich mal auf die suche gehe wo ich vielleicht noch mal größere finde und aber ansonsten ich habe ihr seht schon ganz viele kleine becherchen und das einzige was ich so ein bisschen dünn flüssiger machen muss ist tatsache das weiß dafür gibt es das weiß selber in großen abpackung zum glück und das acrylic puring bzw fluid je nachdem was man machen möchte wie flüssig das sein soll und dementsprechend ist das das einzige was ich wirklich ein bisschen anmischen muss und alle anderen sind soweit auch schon da muss ich nichts zu mischen weil die alle fertig schon geliefert waren zum teil war da sogar das silikonöl schon mit drin und ich weiß noch nicht ganz so richtig woran es liegt ob ich zu viel von dem silikonöl rein mache zu wenig rein mache ich kann es nicht genau einschätzen weil meine allerersten bilder finde ich immer noch am schönsten am besten vielleicht ist das anfänger glück gewesen ich weiß es nicht ich kann es nicht einschätzen und aber wie gesagt die technik an sich selber finde ich sehr sehr schön ich finde es halt auch für mich sehr angenehm weil ich dann wirklich wer mich kennt ich wiederhole mich ich weiß ich kann nicht wirklich gut malen das heißt es liegt aber eben oft auch an den händen ich habe ein bisschen bin ein bisschen grobmotorisch veranlagt bzw habe halt auf wenig kraft manchmal habe ich auch so eine art zittern in den händen das hatte ich übrigens auch als ich mit meiner freundin und ihren eltern und ihrem mann beim glasperle machen gegangen bin theoretisch muss man ja nur festhalten dieses ich weiß gar nicht mehr wie es heißt wo das glas dann raufkommt aber ich habe irgendwann so böse gezittert dass ich nicht mehr das hätte sicher festhalten können und dementsprechend habe ich dann auch aufgehört und dadurch sind so eine situation also so eine sachen wo halt das zittern manchmal sogar noch schöne effekte bringt einfach die besten techniken die es für mich gibt und also wer da mit problemen mit händen hat der glaube ich der hat da wirklich eine chance da das ganze für sich auch als schöne technik zu entdecken und es ist ja ähnlich mit dem epoxidharz ich liebe diese technik halt weil ich wirklich auch durch zittern es muss nicht immer akkurat sein auch wenn ganz viele youtuber die das wirklich mega gut können immer zeigen das muss so schön und allem drum und dran und da das die linie muss gerade sein muss es für mich persönlich zumindest nicht aufgrund dessen weil ich halt das epoxidharz macht eh was es will also dementsprechend da gibt es die eigenen zaubereien vom epoxidharz also dementsprechend einfach mit mut aber da natürlich guckt euch einfach viele videos dazu an gerade was die sicherheit angeht das will ich jetzt in dem video gar nicht weiter mit berücksichtigen hier habe ich wirklich das silikonöl jetzt mit rein gemischt und auch noch mal gut durchrühren ist ein wichtiger punkt ähnlich wie beim epoxidharz und da eben darauf achten dass das gut durchgemischt ist ihr seht schon ich habe es ein bisschen vom tempo her hochgezogen weil ich halt relativ viele farben habe ich war wieder überrascht welche farbe dann im vordergrund dann stand ihr könnt ja mal raten vielleicht könnt ihr ja zum schluss einfach mal gucken wo ihr recht hattet weil letztendlich habe ich sogar ein großes bild und zwei kleinere bilder gemacht und jeweils ist diese eine farbe im vordergrund gewesen und klar man hat die anderen farben trotzdem irgendwo durch gesehen aber ich dachte so ein mist warum diese farbe ich hätte mir eine andere farbe gewünscht oder oder ich hätte mir auch gerne alle farben gewünscht aber ich glaube dieses phänomen kennen ganz viele die akrylik pouring machen jetzt mit den techniken die ich jetzt so nutze und ich versuche ja immer noch irgendwie die es gibt eine ich glaube die kommt aus der slowakei ich bin mir gerade nicht sicher irgendwie fiona irgendwas eine ganz tolle die macht so ne schön bilder mit dem akrylik pouring wo ich jedes mal denke ich will auch ich will auch aber ich weiß nicht wie also selbst wenn ich irgendwie das so nachgemacht habe wie sie es jetzt gemacht hat nein bei mir wird es nicht so und dementsprechend weiß ich noch nicht wie ich es mache am besten ich muss mich da noch mal kundig machen weil wäre natürlich mega hier mische ich jetzt übrigens von jeder farbe das wir ist so die technik nennt sich flip cup die da wird immer von jeder farbe wird so ein bisschen das ganze zusammengeschichtet also es wird nicht umgerührt sondern es wird geschichtet jede farbe von der farbe weiß sollte man schon ein bisschen mehr davon haben weil die eher öfter in die ganzen schichten reingemacht werden und dadurch nehmt euch da ein bisschen mehr dann funktioniert das auch relativ gut und aber ansonsten finde ich die flip cup technik ihr werdet gleich sehen was ich meine die schönste mit den schönsten effekten die es gibt wie gesagt auch wenn ich aktuell oft mit den ergebnissen nicht so zufrieden bin weil ich anderes erwartet habe aber trotzdem ist das für mich einfach eine schöne technik gerade für anfänger zum teil auch für kinder finde ich macht sich das auch super klar da muss ein erwachsener mit bei sein weil das eben einfach auch grob motorisch eben nicht ganz so einfach ist und ja dementsprechend genau also bei der flip cup technik gibt es zwei unterschiedliche einmal dass man den becher direkt auf die leinwand um kippt hier habe ich jetzt die flip cup technik in dem moment gemacht welchen nennen die andere eben auch anders weiß ich nicht hier habe ich jetzt so eine art flussensieb kennen glaube ich auch ganz viele und habe das ganze raufgelegt und habe dann diese unterschiedlichen farben die ihr da jetzt rauskommen seht dann eben drüber geschüttet und dadurch passieren eben auch bestimmte effekte und ich finde es halt sehr schön ich mag es auch schon wenn es da so und da fließt also ich glaube alleine schon das zugucken mag ich halt sehr und es hat alles so ein wasserfall optik und finde ich halt unglaublich schön ist immer ansicht sache falls jemand übrigens tipps hat was man anders machen kann oder worauf man achten muss wenn man das diese zell objekte haben möchte also so eine ich weiß gar nicht wie es erzählen soll es gibt wenn man mit der wärme oder ähnlichen auch drüber geht dieses silikonöl dann kommen so kleine zellen auf also das wie weiß ich nicht wenn wenn blasen aufgehen dann bleibt da ja auch so eine art loch also oder mosaik oder was weiß ich ich kann es nicht so schwer leicht beschreiben jetzt aber vielleicht hat jemand eine spontane idee und hier habe ich mich jetzt auch spontan entschieden das flussensieb noch nicht runter zu nehmen habe also erstmal ein bisschen verteilt ich glaube ich hätte auch mal wieder mehr farbe nehmen müssen das ist auch eine schwachstelle meinerseits aber gut vielleicht lerne ich irgendwann mal draus aber ich glaube ihr seht schon ungefähr welche farbe im vordergrund steht ja schade aber gut während ich jetzt hier noch schwenke vielleicht habt ihr ja noch ideen was soll ich gerne für euch ausprobieren ich habe jetzt schon manchmal ein bisschen geguckt was kann man für den herbst oder winter machen oder weihnachten ich bin nicht ganz so der weihnachtstyp muss ich mal fairerweise dazu sagen aber ich habe so ein zwei sachen wo ich denke das würde ich tatsache gerne mal ausprobieren aber vielleicht habt ihr ja noch ideen was ihr euch gerne wünscht was ich gerne mal ausprobieren soll herbst ist ja steht ja schon förmlich vor der tür bei mir ist er gerade vor dem fenster weil bei mir regnet es gerade und ich finde den herbst übrigens mega ich mag es wenn es so schön bunt wird wenn einfach alles wieder ein bisschen zur ruhe kommt und der sommer der ich mag den sommer nicht sonderlich ich mag es nicht wenn es so warm ist ich mag die sonne nicht ganz so dolle ich vertrag sie aber auch nicht ganz so gut und dementsprechend freue ich mich natürlich dementsprechend wenn der herbst dann kommt und ich bin auch ich finde jetzt regen auch nicht schlimm es gibt eben keine falschen sachen es gibt nur nee andersrum es gibt nicht ein falsches wetter sondern es gibt einfach nur falsche sachen die man anzieht dementsprechend ich bin gespannt ich bin demnächst in warnemünde an der ostsee ich liebe die ostsee für mich mega und freue mich da natürlich sehr drauf weil da einfach alles viel entspannter zumindest für mich immer ist die ostsee die dieses rauschen dieses einfach mal zuhören was das mehr so sagt oder die ostsee und dementsprechend ja ja hier seht ihr jetzt übrigens schon die blaue wüste wobei das was von einer von einer welt kugel hat irgendwie so das ganze wo das mehr drauf ist und das orange und beige sind dann die ganzen länder aber gut ihr habt jetzt gesehen ich habe am rand immer noch so ein bisschen nachgeholfen da so ein bisschen schauen dass ihr da wirklich auch die ränder gut mit farbe eindeckt weil das einfach sonst nicht so schön aussieht aber das glaube ich das seht ihr dann auch schon und ich habe dann eben die reste die halt unter runtergelaufen sind habe ich dann eben dafür genommen für die ganzen normalen ränder wo man wo es halt jetzt nicht hingelaufen ist und habe dann das ganze dahin nochmal gebracht damit es eben bedeckt ist ja ansonsten falls ihr wie gesagt ideen habt gerne reinschreiben was ich ausprobieren soll vielleicht eben auch ein kommentar auch zum video selber oder ein daumen nach oben ein abo sowieso freue ich mich mega wie gesagt wir sind in den letzten ein zwei jahren sehr gewachsen und ich freue mich sehr es müssen keine größen also wenn ich manchmal sehe irgendwie andere youtuber die sind ja bei weiß ich nicht über hunderte tausend darum geht es ja überhaupt nicht für mich ist es wirklich just for fun ich freue mich und wenn dann menschen gerne meine videos schauen und natürlich bin ich auch traurig wenn jemand geht und es einfach weil man natürlich nie weiß warum man gegangen ist und dementsprechend ja hier probiere ich übrigens mit der wärme diese zellen ich weiß nicht ob ihr die kleinen zellen die dann so entstehen jetzt gesehen habt davon würde ich mir natürlich viel viel mehr wünschen ganz viele ganz viele aber gut wie gesagt ich übe noch ich werde auch weiterhin üben und irgendwann wird die erleuchtung kommen warum das ganze dann ist und ja ansonsten mein kanal ich werde ein bisschen ich habe ein zwei drei ideen wo ich gerade dran bin ich habe eine überlegung dass ich so ein a bis z mache das heißt zu jedem buchstaben etwas zu in videos zu machen ob jetzt irgendwie zu basteltechniken oder zu musik musik gehört ja sehr zu mir oder zu mir selber persönlich ich habe noch nicht zu jedem buchstaben etwas nur hatte ich überlegt ob ich trotzdem mit dem buchstaben die ich schon habe ich einfach schon mal beginne und dementsprechend kann das sein dass jetzt manchmal einfach ein paar story videos kommen also wo ich einfach ein bisschen was erzähle und euch da ein bisschen an dem was in meinem leben ist was mir wichtig ist was mir was gewesen ist vielleicht auch was für musik ich mag was für basteln materialien was sonst in meinem leben noch so tolles ist weil das hier das basteln ist ja nicht nur meins sondern es ist halt eben auch okay die musik auch also das ist ja das was ihr hauptsächlich auf dem kanal hier seht meine meerschweinchen sind natürlich ein großer teil von mir und es gibt so viele andere sachen die einfach zu mir gehören und mich in meinem alltäglichen begleiten hier habe ich übrigens als ich das große bild fertig hatte habe ich dann noch zwei kleinere bilder gemacht und die sind dann letztendlich auch schön geworden aber eben auch wieder sehr blaulastig sind übrigens diesmal so schöne süße kleine ich finde die größe hat was wo man einfach mal was ausprobieren will wo man nicht so viel material versemmelt und ja hier habe ich jetzt die variante genommen dass ich sie jetzt andersrum mache aber eben nicht mit diesen flip cup wo ich alles zusammen schütte sondern halt wirklich ein bisschen kleiner gehalten nämlich dass ich es einfach auf schütte und gucke wie es dann rauskommt und war auch nicht schlecht aber wie gesagt das blau war leider wieder hat gezeigt dass es an der macht ist und dabei finde ich das blau hier übrigens als es so rausgeschüttet wird unglaublich schön ich bin ja so ein petrol mensch und ich liebe es also in meinem kleiderschrank ist auch viel petrol auch wenn sich ein bisschen was verändert hat muss ich mal sagen weil ein paar farben sind jetzt dazu gekommen ich bin auch so ein rostfarben oder grün ist auch dazu gekommen und dementsprechend ist nicht mehr nur petrol vorherrschend aber doch schon sehr also gerade meine rollkragen pullover session die ich habe ja gefühlte hunderttausend rollkragenpullover ich weiß viele mögen es nicht aber da sind gefühlt von jeder farbe etwas dabei ja hier habe ich es jetzt wirklich von beiden seiten habe jetzt das andere erstmal laufen lassen und habe dann das andere bild erstmal gemacht damit es eben dann auch da schon mal laufen kann und wie gesagt ich mag es das hat auch manchmal was meditatives wenn man es einfach rein schüttet andere würden sagen ja das ist wie ein hexenkessel passt ich bin ein hexer so ungefähr aber wie gesagt ich liebe es es ist irgendwie was schönes man weiß nie was rauskommt und vielleicht ist das auch so gerade so dieser charm der dann da so entsteht warum das für mich so eine schöne technik ist das ist ich weiß gar nicht hatte ich das ich habe mit strukturpaste zum beispiel auch ganz viel gemacht und auch das hat sowas ganz entspanntes man kann so viel unterschiedliche möglichkeiten machen mit dieser einen komponente nämlich mit strukturpaste und das ist so so schön ich habe jetzt noch da hatte ich schon versucht was mit zu machen so eine effektfarbe oder effektpaste die ist ein bisschen feiner und entspannter ich muss mal gucken weil das letzte ergebnis fand ich jetzt nicht ganz so schön aber ich fand es trotzdem ich finde die farben unglaublich schön ich glaube ich muss nur das handling dazu noch lernen und dementsprechend wird das wahrscheinlich auch was sein was ich als nächstes jetzt irgendwie nochmal angehe dass ich da mir die effekte nochmal anschaue weil die haben so schöne metalliktöne sowohl im schwarz im gold im rosigold in so einem rot unglaublich schön und ich muss nur eben schauen wie viel muss ich darauf machen damit ich damit die schönsten effekte hinbekommen hier mache ich übrigens um auf die bilder zurück zu kommen auch wieder am rand so ein bisschen was auch vollkommen okay ist hier seht ihr auch so ein bisschen weiter oben dass da so ein paar zellen entstanden sind wie gesagt ich würde sie gerne ein bisschen mehr haben wollen was aber anscheinend irgendwie an irgendwas liegt ich würde auf silikon öl tippen entweder zu viel oder zu wenig das heißt ich werde wahrscheinlich die nächsten male einfach noch mehr rein machen und vielleicht auch einmal gar nichts also auch da wird bestimmt noch mehr videos geben also wer da irgendwie dran ist wer dieses diese technik generell akrylik puri macht und vielleicht auch nicht weiter kommt oder vielleicht schon richtig tolle ideen auch dazu hat was ich anders machen kann gerne gerne reinschreiben ich würde mich sehr freuen ich gehe übrigens auch wieder mit dem feuerzeug drüber weil ich hoffe dass da noch ein bisschen mehr von den zellen kommen und ja aber ihr seht zumindest auf dem linken also von vom bildschirm jetzt aus links dass da zumindest ein bisschen von den anderen farben mehr zu sehen ist bei dem anderen ist es ja doch eher wieder in diesen blau touch reingegangen wie bei dem großen bild und ja dementsprechend ist das dann eben auch eine möglichkeit das ganze dann eben wie unterschiedlich halt die sachen mit den gleichen farben halt passieren es kann sein dass vielleicht ein bisschen mehr von dem anderen da gewesen ist und ja ansonsten habe ich für weihnachten übrigens noch überlegt dass ich wahrscheinlich auch wieder kekse backe und euch das mitteile und ich habe jetzt gerade von einer instagramerin beziehungsweise es gibt es auch öffentlich das rezept mini cheese cake muffins gefunden die ich unglaublich gut finde also die finde ich schon mal mega also dadurch auch die werde ich euch bestimmt noch mal zeigen wenn ich sie mache damit ich sie noch mal filmen wie sie gemacht habe und muss nur alle zutaten dabei haben wie frisch käse und wie nennt sie es mir fällt nicht ein aber gut ihr werdet es dann sehen das heißt ich werde mich zumindest auch zur weihnachtszeit wieder ein bisschen dem backen widmen und ich habe ja lange jahre das nicht gemacht aber ich glaube jetzt bin ich wieder soweit und möchte mich dem wieder widmen und ja das sind meine werke jetzt gewesen ich hoffe euch hat das video trotzdem gefallen auch wenn meine begeisterung weil ich ein anderes ergebnis gehofft habe nicht passiert ist aber dementsprechend ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen wie gesagt schreibt mir gerne in die kommentare gebt mir gerne einen daumen nach oben oder ein abo und ich hoffe ihr habt dann noch einen wunderschönen sonntag und bis bald